Ja, alles klar, ich halt die Basis, halt die Basis. Ja, ja, alles klar, kein Thema, kein Thema. Hey, du Kack-Nood, man, wenn wir Ranked spielen, dann musst du schauen auf die Lane hier. So ein kleines Wurstgesicht, man. Das ist doch überhaupt nicht verloren, das ist doch überhaupt nicht verloren. Wir sind doch, wir sind doch im Game, man. Wir sind im Game, ich sag's doch, man. Ja, nein, 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 ich war die ganze Zeit da. Nein, 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 geht's schon weiter, man, geht's schon weiter. Was ist mit meiner Mutter, was bist du für einer, hey? Du kannst ja auch keinen Ranked gewinnen, man. Diese Luschen. Wirklich, ich bin noch die Freundlichkeit im... Ja, natürlich, ich bin... Nein, nein, wieso, die sollte schlecht gelaunt sein? Man, das ist halt echt so ein Stress, man, das hätte ich halt nie gedacht, man. Naja, ich kann auch mit Aim-Bot, ne? Also, brauchst du nichts einbilden, du. WTF 90% Railgun, hey? Wie schaffen die das? Ja, mein Gott, hey. Ja, natürlich, man, natürlich. Mein verdammte Scheiße, man. Wie viel kann ein Mensch in seinem Leben denn gleichzeitig machen, man? Ja, es geht, ja. Ja, ich hab's zustanden. So eine Kackfrau, ich... Ich pack's nicht mehr, man, diese Scheiße. Ohhhh. Zukunft, nur noch Singleplayer, nur noch Singleplayer, man. Nur noch Singleplayer, ich pack's nicht mehr. Scheiße. Wenn Sie ein hoffnungslos überforderter Multi-PC-Player sind, dann können wir Ihnen auch nicht weiterhelfen. Wenn Sie einen neuen Multiplayer-PC für Spiele wie PUBG, Overwatch oder Dota 2 zusammenstellen möchten, dann liegen Sie richtig mit der neuen PC GH-Ausgabe 08 2018. Außerdem im Heft, Kernkriege auf High-End-PCs, 50 Jahre Intel und Mini-Grafikkarten im Duell. Wie schlägt sich die GTX 1070 ITX gegen die Vega 56 Nano? Hier im Pokal? Die